An alle Streifenwagen, wir haben eine Q3-Verfolgung. Freie Einheiten bitte melden und zur Verfügung halten. Ich bin hinter dem gemeldeten Fahrer. Monde hat es eilig. Verfolgen aufgenommen. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alles sofort her. Okay, verstanden. Sierra 26. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Helfen nicht schneller, haben alle Hände voll zu tun. Get back here, you little son of a bitch! I'm gonna ream your asshole for that one! 742, mit einem Berg erwehen. Ich bin nicht fest. Schickt mir eine Verstärkung. Wir haben gerade meine letzte Unterstützungseinrichtung ausgeschaltet. Verstärkung ist noch zwei Minuten entfernt. Run, run, run! Run, it's gonna blow! Wir sind hinter dem gemeldeten Fahrer. Monde hat es eilig. Verfolgen aufgenommen. Er hat gerade ein CV-Verzeug gerammt. Scheinen okay zu sein. Setze Verfolgen fest. Der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettert. Der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettert. Zentrale brauchen hier ein paar Lkw. Schickt uns auf Rhinus und Verstärkung. Schickt mir eine Verstärkung, er hat gerade meine letzte Unterstützungseinreihe ausgeschaltet. Primo 21, 1023 bin zur Stelle. Er versucht zu entkommen, lass dich nicht entwischen, blockier die! Primo 22, bitte melden. Einsatzleiter ist vor Ort und bittet um Lagebericht. Versuchen bei uns zu bleiben. Du machst deine Menge Probleme. Wartet. Verstärkung alleine reicht nicht. Wir sollten das mit einer 1073 versuchen. Das ist negativ, 4-2. Ähm, im Moment, es dauert leider noch. Habe mehrere Einheiten im Notansatz. General, wie sieht es mit der Straßensperre aus? Okay, verstanden, 4-2. Stehe vor eurer Position, Einheiten zusammen. Rute Beiberheit. Nehmt eure Waffen raus, das wird eben eine Lehre sein. Ihr News Enforcer 35. Ist er, braucht einen Helikopter, so können wir ihn nicht stoppen. Heißen Sie den Magian! Heißen Sie sofort den Magian! Der Helikopter konnte das Fahrzeug nicht treffen. Dafür sind unsere Einheiten über. Charlie Zink, können Sie noch ein paar Streifen langschicken? Verstärkung alleine reicht nicht. Wir sollten, äh, wir sollten es mit einer 1073 versuchen. Das ist nix. Verletziger ist jetzt in der Typ Sproker Express 2. Drückte in Part 1044. Ich brauche hier was Schweres. Rino 21. 1023 bin zur Stelle. Ich versuch's vorhin, komm, lass ihn nicht entwischen. Verdammt, News Einsatz hat nichts gebracht. Zieht eure Waffen ein. Das hat keinen Zweck. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alles sofort her. Fahrrad, News, sofort in der Straß. Wir haben eine Überraschung für ihn. Ein Panzer des News hat sich aufgestellt. Verfolgung ist auf dem Weg in die Innenstadt. Der News-Panzer hat mich so eben mehrmals abgeschossen. Da war es nur noch verbrannter Schrott. Verdächtiger ist nun in den Out-Ort-Lock Park gerast. Ähm, rückt vor zur Festnahme. Er ist direkt in die Einsatzfahrzeuge gekracht. Rino 21. 1023 bin zur Stelle. Er versucht zu entkommen, lass ihn nicht entwischen. Blockieren ihn. Alarm ausschalten. Verdächtiger ist festgenommen. Unfallexperten sind unterwegs.